Auch hier sei Sven Helbig sehr gedankt, der nicht nur der Produzent von der Popplatte ist, das heißt, er hat die Songs ausgesucht, er hat... Er hat auch die Arme höher, jawohl, das darf schon mal sein. Ich fasse auch zum Lied gleich. Er hat auch die Arme höher ausgesucht, hat irgendwie auch uns ausgesucht. Und dieses Stück hat er auch arrangiert. Und das ist das Stück. Er hat auch die Arme höher, das ist das Stück. Er hat auch die Arme höher. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020